Du weißt genau, du musst jetzt schlafen, aber deine ganzen Gedanken lassen das überhaupt nicht zu. Das macht ein totales Chaos. Er kann nicht gesund sein, dieser Schlaf, denn er findet ja gar nicht statt. Ich weiß gar nicht mehr, wie guter Schlaf sich eigentlich anfühlt. Ich bin Mama von vier Kindern, bin glücklich verheiratet, stehe mit beiden Beinen im Berufsleben, fliege als Flugbegleiterin quer durch die Welt. Das ist alles gar nicht so einfach, manchmal unter einen Hut zu bekommen. Das sieht nach außen hin immer gut aus, aber in mir drin sieht das ganz anders aus. Da ist nämlich eine innere Unruhe. Die ist präsent, jeden Tag. Die lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Man probiert den Tag immer wieder aus Neuem zu planen, aber das holt einen immer wieder ein. Innere Unruhe. Das sind Gedanken, die kreisen. Das ist einfach eine innere Unruhe, die man nicht los wird. Und man fragt sich dann, ob man vielleicht besondere Techniken machen muss, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Es ist schwierig, irgendwo Fuß zu fassen. Jeder erwartet was von einem. Und diese Erwartung, die baut Druck auf, die gibt einem das Gefühl, man ist nie genug. Und das ist innerlich ein Chaos. Diese ganzen Faktoren in meinem Leben, die führen auch zu Schlaflosigkeit. Schlafstörungen, ja. Man sieht, wie die Stunden für Stunden für Stunden vorbeiziehen. Du weißt genau, du musst jetzt schlafen, aber deine ganzen Gedanken lassen das überhaupt nicht zu. Und ich weiß auch genau, dass ich die Stunde, die ich jetzt verpasse, morgen überhaupt nicht nachholen kann. Wie soll ich das machen? Mein Alltag musste ich aufs Neue planen. Ob das jetzt Schlafstörungen sind oder ob das die innere Unruhe ist. Ich habe gelernt, dass bessere Ernährung für mich wichtig ist. Ich habe angefangen, Sport zu machen und plane einfach meinen Alltag für mich so, wie er für mich am besten ist und wo ich mich am besten bei fühle. Ich habe etwas gesucht, was mich mehr unterstützt, meine innere Unruhe auszugleichen. Ich nehme jetzt Nervoregien. Das hilft mir, meinen Fokus zu finden. Das hilft mir, einzuschlafen. Das nimmt mir diese innere Unruhe. Das gibt mir Stabilität. Und das hilft mir einfach, organisierter durch den Tag zu gehen und entspannter aufzuwachen. Die Kraft für den Tag zu finden. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!